Du bist über 50 Jahre alt und du beschäftigst dich gerade mit dem Thema Training, Fitness. Was sollst du tun? Und jetzt gibt es ganz viele Informationen. Ausdauertraining, Crossfit, Chirkelanetics, Bodyweight Training, Tubestraining, Krafttraining, Freihandeln, Maschinen, Maschinen und hier das Zirkeltraining mit Maschinen, wo der Bewegungsablauf vorgegeben ist und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Infos und letztendlich weißt du jetzt gar nicht genau, was du tun sollst. Da werde ich dir sehr gerne dabei helfen. Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, bekannt auch als Mr. T. Und zwar habe ich wichtige Infos für dich, dass du ja eben angstfrei trainieren gehen kannst. Denn ganz viele Menschen über 50, die schon ein paar Jahre keinen Sport mehr betrieben haben, manchmal sogar 20, 25 Jahre, wissen gar nicht so genau, mit was sie anfangen sollten. Und deswegen habe ich wertvolle Tipps für dich. Natürlich ist es am allerbesten, wenn du dich aus einer Kombination von Kraft und Ausdauersport beschäftigst. Warum? Du hast einmal eine Pumpe. Dein Herzmuskel ist wichtig, dass er trainiert wird, weil auch der Herzmuskel ist ein Muskel, den man trainieren kann. Und umso trainierter der ist, also nicht übertreiben, die Dossierung macht das Gift, umso besser der funktioniert. Umso mehr Spaß haben wir am Leben, umso eher sind wir gesund. Denn auch ein Herzmuskel sorgt natürlich durch die dauerhafte Kontraktion, inwieweit unser Körper mit Sauerstoff und Blut versorgt wird. Also die Pumpe muss gut funktionieren. Weder untertrainiert noch übertrainiert sollte sie sein. Einfach die Dossierung richtig ansetzen. So, dann haben wir natürlich auch ein muskuläres System. Bizeps, Trizeps, Brustmuskulatur, Rückenmuskulatur, Po-Muskulatur, Oberschenkelmuskulatur, Wartenmuskulatur. Auch diese Muskelgruppen sollten trainiert werden. Und vor allem natürlich ganz wichtig ist natürlich unser Schultergürtel-Rückenmuskulatur, also der hintere Schultergürtel und die Rückenmuskulatur, die Bauchmuskulatur, die gegenüberliegenden Rückenstreckmuskeln, die Beckenbodenmuskulatur und natürlich der Poppes. Warum? Ganz einfach, schaut mal. Also klar, Herzkreislauf muss sein, dieses Herzmuskel muss funktionsfähig erhalten werden. Im Laufe des Alters wird der nämlich etwas schwächer. Und wenn der etwas schwächer wird, dann wird auch unsere körperliche Leistungsfähigkeit eingeschränkt. Deswegen Pumpe muss sein. Regelmäßiges Ausordnen ist eine gute Geschichte. Dazu eben diese Kräftigung der einzelnen Muskelgruppen, wie zum Beispiel den Po. Warum? Ganz einfach, schaut mal. Die meisten Menschen sitzen den ganzen Tag auf ihrem Hintern. Und wenn der Hintern sitzt, dann muss der keine Arbeit leisten. Und wenn der keine Arbeit leisten muss, was macht der dann? Dann wird der abgebaut. Das heißt, der Muskel atrophiert. Und was haben wir eigentlich im Po? Damit er gut aussieht. Nein, der Po hat eine Funktion und zwar auf der Hüfte. Der stabilisiert uns in der Hüfte und richtet uns aus, dass wir stabil stehen können. Wenn der Po atrophiert, was passiert? Dann haben wir vorne einen Hüftbeuger und der Hüftbeuger zieht dann das Becken nach vorne. Dann haben wir so eine Beckenkippung und so einen dicken vorstehenden Bauch. Obwohl der Bauch vielleicht gar nicht so dick ist, weil der Hüftbeuger jetzt dominant ist. Weil keine Balance mehr besteht von vorne und von hinten. Also wichtig, wenn wir den ganzen Tag drauf sitzen auf dem Hintern, dann muss der trainiert werden. Und den kann man nur durch funktionales Krafttraining überhaupt trainieren. Oder natürlich auch durch Bodyweight Training. So, was ist noch wichtig? Die Bauchmuskulatur ist wichtig. Warum? Weil die Bauchmuskulatur sorgt dafür, dass unser Rumpf stabil ist. Unser Rumpf ist in der Mitte. Und die meisten Menschen haben schon ein bisschen Probleme, dass der Rumpf instabil ist. Und wenn der Rumpf instabil ist, dann kann es zu Rückenschmerzen führen. Und deswegen Bauchmuskulatur muss sein. Ich kann durch Laufen auf dem Großtrainer, auf dem Ergometer, auf dem sonstigen Kater, kann ich keine Bauchmuskulatur funktional trainieren. Ich kann sie nicht ansprechen. So, das nächste wäre, gegenüberliegend vom Bauch ist die sogenannte Rückenstreckmuskulatur im unteren Bereich. Rückenstrecker entläuft entlang der Wirbelsäule. Von unten bis nach oben, bis hier hinten hin. Und dieser Muskel muss aktiviert werden. Warum? Weil der mit dem Bauch zusammen unseren Rumpf stabilisiert. Und wenn wir einen stabilen Rumpf haben, haben wir dauerhaft weniger Schmerzen im Rücken, haben wir dauerhaft eine schöne Stabilität im Körper und haben auch eine tolle Körpersprache. Das nächste ist, viele Menschen im Alter haben so eine Brustkyphose. Das heißt, Schultern nach vorne gekippt, Brust eingerollt, Kopf nach vorne. So, sieht nicht gut aus, ist auch nicht gesund. Deswegen auch hier hinterer Schultergürtel muss trainiert werden, genauso wie die Rückenmuskulatur. Denn diese Muskelgruppen sorgen dafür, dass wir aufrechte Haltung haben, dass wir eine positive Körpersprache haben. Denn wenn wir die nicht trainieren oder nur Ausdauer machen, dann kann es sogar sein, dass wir das sogar noch verstärken. Wenn Menschen viel Ausdauersport machen, dann auch noch zu wenig essen, dann fallen die in eine energetische Schonhaltung. Da werden die immer runter und immer kleiner. Und der Kraftsport sorgt dafür, dass wir uns auffrichten, dass wir uns aufmachen. Deswegen ist es wichtig, dass man immer eine Kombination aus Kraft und Ausdauersport hat. Und natürlich klar, wer regelmäßig Kraftsport macht, wer Übungen ausführt über das gesamte Range of Motion. Das heißt, jeder Muskel hat einen vollen Bewegungsspielraum. Der Bizeps macht zum Beispiel von hier bis hier. Die Beine können runtergehen bis in die ganz Tiefe, bis schräge Lagen, Oberschenkel, Rücken gerade ist. Somit trainieren wir natürlich auch durch Krafttraining unsere Mobilität. Und jeder, der sagt, wenn man Krafttraining macht, wenn man steift, das ist Unsinn. Das kann ich jederzeit belegen, da ich wesentlich mobiler bin wie die meisten. Warum? Weil ich bewusst in Bewegung reingehe, was die meisten nicht mehr machen. Denn nur auf dem Stuhl sitzen, nur im Auto sitzen, nur auf dem Sofa, nur in Sitzungen, nur in Verwaltungssitzungen, nur im Flugzeug, nur im Bus, nur im Zug, führt dazu, dass unser Bewegungsspielraum verkleinert wird. Unsere Mobilität ist eingeschränkt. Deswegen ist schon einmal, wenn man Krafttraining macht, schon ein Anteil Mobilitätstraining. Man muss aber auch dazu sagen, dass es viele Menschen gibt, die kommen zu mir zum Beispiel und sind körperlich, was die Mobilität anbringt, komplett eingeschränkt. Warum? Weil sie natürlich aus einer nicht artgerechten Haltung kommen. Den ganzen Tag sitzend, den ganzen Tag im Auto und jetzt wollen die Krafttraining machen. Dann behindern die sich manchmal beim Einstieg in den Krafttraining selbst, weil sie verklebt sind, weil die Faszien verklebt sind. Und dann macht es natürlich auch Sinn, in den Kraftsport, in den Ausdauersport, richtig Mobilitätstraining einzubauen, Gelenkmobilität zu fördern, die Faszien zu öffnen, die Verklebungen aufzumachen. Das macht oft Sinn. Deswegen mache ich ganz oft bei Sporteinsteigern immer auch einen Anteil Stretching sogar vor dem Training zu, damit eben die Bewegungen nicht so schwer fallen. Die meisten Menschen tun sich im Anfangsbereich, im Kraftsport mit Bewegungen sehr schwer. Es entstehen Bewegungsfehler. Es entstehen falsche Bewegungen. Es entsteht Stress am Körper, am Gelenk. Warum? Weil die Bewegung nicht sauber ausgeführt werden kann, weil erstmal natürlich die Mobilität grundsätzlich fehlt, weil im Gehirn noch keine Vernetzung da ist, was die Bewegung anbetrifft und weil diese Menschen komplett verklebt sind. Da sieht man unten Füße, die gedreht sind, da sieht man Knie, die nach innen gewandert sind, da sieht man ein Becken, was zu stark nach vorne kippt, da sieht man eine Brustkyphose, Brustmuskulatur verklebt, Latissimus verklebt, Nackenmuskulatur verklebt, hintere Oberschenkel verklebt, Hüftbeuger zu kurz. Und all diese Sachen kann man am Anfang ein Stück weit kontrollieren, öffnen und dann tun sich die Leute natürlich auch einen riesen Gefallen, weil sie dann natürlich wesentlich geschmeidiger trainieren können und keine großen Bewegungsfehler in der Bewegung entstehen. Somit ist es immer toll, eine Kombination aus Kraft, Ausdauer und Mobilität. Im Kraftsport steckt auch schon ein Stückchen Mobilität. Im Ausdauersport steckt nur eingeschränkte Mobilität, weil wir nur kurze Bewegungsambitude haben. Wir müssen mal vorstellen, beim Laufen hat man ja keine große Bewegungsambitude, so eine kleine, im Schultergürtel passiert auch nicht viel, deswegen Krafttraining. Und wenn das nicht reicht, auf jeden Fall meine Empfehlung, stretchen, 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 Mobilitätstraining. So, da haben wir einmal ein Paket. So, und jetzt fangen wir am besten an. Es lohnt sich gerade im Anfangsbereich auch mal maschinenorientiertes Training auszuführen. Für die ersten 6, 8 bis 10 Wochen. Danach sollte man sukzessive übergehen und Freihandeltraining favorisieren. Warum? Weil dadurch Stabilisatoren mittrainiert werden und weil dadurch das Gehirn maximal geschult wird. Warum? Weil wir diese freien Handel im freien Raum bewegen und stabilisieren müssten. Höchster Anspruch. Also diese komischen Zirkel, was es da gibt, ist zum Einstieg ganz gut, aber nach 6, 8 bis 10 bis 12 Wochen, je nachdem wie geschickt derjenige ist, was sich bewegt, sollte weg davon, okay? Raus ins Freihandeltraining, definitiv. Mit Crossfit als über 50-Jähriger anzufangen, ist keine gute Idee, weil da extrem dynamische Bewegungen dabei sind und die dynamischen Bewegungen führen dazu, dass die Stabilisatoren oft überlastet sind. Gar kein, auf gar keinen Fall. Bodyweight-Training, ja, aber nur unter Anweisung eines guten Trainers. Deswegen, meine Empfehlung überhaupt ist, lasst euch einmal beraten, nehmt einmal ein bisschen Geld in die Hand, lasst euch 2-3 Stunden zeigen, wie es funktioniert vom guten Trainer, erfahrenen Trainer, der natürlich auch sich in eurem Altersbereich auskennt und dann habt ihr eine ganz große Chance, dass ihr ein wichtiges Investment in eure gesunde Zukunft betreibt. Das wäre meine Empfehlung für euch. Wenn ihr jetzt einen guten Coach sucht, kann ich mich anbieten. Unten in den Shownotes findet ihr den Link, da klickt ihr einfach mal drauf und dann findet ihr den Weg zu mir und ich kann euch sicherlich helfen. Deswegen bedanke ich mich jetzt schon fürs Zuschauen und wünsche euch bei allem, was ihr tut, verdammten Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.